Hey, ab geht's zum Kramp, 40 Jahre, wieder heute bei der Geburtstagsfrage für newson2day. Und wer ist hier? Der einzig wahre Part-Diät überhaupt ab in den Süden und das ist natürlich Buddy, mein Freund. Wie, das ist denn hier Brotstagsveranstaltung? Ja, aber ich dachte, ich bin jetzt hier gerade bei Köln-Ole, oder was? Das ist halt gleiche, fast. Aber es ist der Wahnsinn. Ich muss sagen, also ich freue mich, dass du endlich mal nach Köln gekommen bist und ein schönes Hotel bekommen hast. Ist ja selten, aber es passiert halt in Köln ganz gerne mal. Der Krampe hat mir sogar eine, 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 eine Sway, deswegen nicht übertreiben, aber ein Zimmer im Interconti. Ja, Interconti, da gibt's ja sogar Kaffee-Wärmer und sowas, ne? Alles da im Hintergrund. Die haben auch so viele, weißt du, so viele Seifen, alles schon eingepackt, Seifen, Lotion. Aber ich muss ja mal, wenn der komische Herr Sasse mal richtig filmen will, ich muss ja mal eine Lanze brechen. Ich finde das toll, dass du heute Abend das Ding hier moderierst. Ich glaube, der Krampe konnte keine besseren finden, weil du siehst, der Neunfeld steht rum und langweilig. Na, das ist auch ein netter Kollege. Alles nette Kollegen, aber wir ziehen ganz gerne über die her, die nicht daneben stehen. Das macht so viel Spaß. So viel Spaß. Das ist der Buddy. Ja, so ist er halt. Buddy, was wünschst du dem Markus ganz, ganz persönlich? Ich wünsche ihm, dass es so weitergeht und immer besser wird und immer mehr, immer mehr, damit wir Künstler was zu tun haben, oder? Und deine neue Nummer, jetzt nicht die ganz neue Nummer, sondern die Nummer mit der hübschen Frau. Ach, Sommer lasst mich nicht allein. Also ganz ehrlich, ich verstehe doch bis heute nicht, warum das nicht mindestens in Top-Tennis ist. Ich liebe diese Nummer. Weil die Nummer weiter jetzt gemacht wird. Wir werden wahrscheinlich demnächst wieder im Fernsehen diesen Titel sehen, kurz bevor der Sommer kommt. Ich glaube, starten wir nochmal durch damit. Ansonsten kommt wieder die nächste Hit und dann machen wir das als Doppel-Single auf die Platte rauf. Wir verkaufen jeden Song dreifach. Auf jeden Fall, auf Buddy sehen, auf Wiedersehen und schaltet ein bei newson2.de. Check this out. Tschüss.